Die Geschichte der menschlichen Evolution Die Evolution lehrt uns, dass wir in engerer Verbindung mit der restlichen Welt, mit der Tierwelt stehen, als wir uns jemals hätten vorstellen können. Die Verbindung zu unseren engsten Verwandten ist augenfällig. Aber auch zu anderen Geschöpfen lässt sich eine Beziehung nachweisen, vorausgesetzt wir wissen, wie wir danach suchen müssen. Je tiefer wir graben, je weiter wir zurückgehen, desto klarer wird, dass alles Leben sich von einem einzigen Ursprung entwickelt hat. Der Baum des Lebens entwickelt seit vier Milliarden Jahren immer neue Triebe. Jetzt ist es möglich, die einzelnen Zweige bis zu ihren Wurzeln zurückzuverfolgen. Wenn wir in die Vergangenheit zurückblicken, finden wir die großen Transformationen, die großen Evolutionsschritte. In der Geschichte unseres Planeten haben einige große Umformungen die Tore zu neuen Lebensweisen geöffnet und zu neuen Lebensformen. Vor 50 Millionen Jahren entwickelten sich an landlebende Säugetiere zu Meeresbewohnern. Schon lange davor haben Fische das Land besiedelt. Mit der Entstehung der Fauna tauchten zwangsläufig die ersten Körper auf. Spurensuche nach den Anfängen des Lebens und damit nach dem Beginn unserer Geschichte. Es macht Spaß, wenn man bei dieser Forschung jedes einzelne Kapitel versteht. Dadurch können wir anfangen, die Einheit des Lebens zu erkennen, die gemeinsame Geschichte allen Lebens auf der Erde. Die menschliche Zivilisation reicht tausende von Jahren zurück. Aber in Relation zum Alter der Erde sind wir Menschen gerade erst darauf eingetroffen. Die Erde ist wirklich alt. Wenn man die gesamte Geschichte der Erde von vor 4,6 Milliarden Jahren bis heute nehmen und das als eine Stunde ansehen würde, dann wurden die ersten 50 Minuten hauptsächlich in einer Welt verbracht, in der sich Mikroben, Einzeller, entwickelten. Das Tierleben tauchte in den letzten 10 Minuten dieser Stunde auf. Die gesamte Geschichte der Menschheit, unsere Zivilisation, unsere Evolution, das geschah in der letzten hundertstel Sekunde dieser Stunde. Die Menschen erschienen sehr spät auf der Erde. Aber sie wurden durch dieselben Kräfte geprägt, die auch alles andere Leben auf dieser Erde gestaltet haben. Um zu verstehen, wie der Mensch in das Bild passt, müssen wir zurückblicken. In eine Zeit, die weit vor unserer eigenen Entstehung liegt und müssen untersuchen, wie andere Lebewesen entstanden sind. Wale sind die größten heute lebenden Tiere. Wie die Menschen haben auch Wale und Delfine erst kürzlich ihre heutigen Formen angenommen. Wale sind ganz anders als andere Säugetiere, sodass wir sie nicht leicht in Verbindung zu anderen Lebewesen bringen können. Sie sind ein eigener Ast in der Evolution der Säugetiere. Säugetiere tauchten vor etwa 200 Millionen Jahren zuerst auf der Erde auf. Zuerst an Land. Säugetiere sind Warmblüter. Sie gebären ihre Jungen und sie atmen Luft. All dies sind Anpassungen, um an Land zu leben. Aber auch Wale und Delfine sind Säugetiere. Sie sind Säugetiere, die im Wasser leben. Aber wir wissen, dass Säugetiere sich an Land ausgebildet haben. Also ist es ein wahres Rätsel, wie die Wale sich ursprünglich entwickelt haben. Wenn wir dieses Rätsel lösen können, können wir anfangen zu verstehen, wie diese großen Sprünge, diese großen Transformationen generell vor sich gehen. Die Menschen interessieren sich für Wale und mir fallen drei Gründe dafür ein. Sie sind so wunderschön, so würdevoll. Zweitens, ihr Ursprung ist ein großes Mysterium. Und drittens, Wale gehören zu den wenigen Säugetieren, die wirklich große, komplexe Gehirne haben, wie wir. Also sind sie in gewisser Hinsicht unser alter Ego. Leben im Meer, während wir an Land leben. Beherrschen das Meer, während wir das Land beherrschen. Und ich glaube, deshalb sind wir sehr daran interessiert, was da vorgeht, wie sie dort hingekommen sind, als Widerspiegelung unserer eigenen Geschichte im Erdzeitalter. Als Phil Gingrich vor 30 Jahren seine Laufbahn begann, wusste er nichts über Wale. Er fühlte sich zur Geologie hingezogen. Vor allem deshalb, weil er sich nicht vorstellen konnte, sein gesamtes Berufsleben am Schreibtisch zu verbringen. Ich interessierte mich für die Geologie, weil es eine Wissenschaft unter freiem Himmel ist. Und innerhalb der Geologie entwickelte ich ein Interesse an der Palaeontologie, weil es da um das Leben und um die Geschichte des Lebens geht. Gingrichs frühes Interesse an primitiven Landsäugetieren führte ihn nach Pakistan. Dort machte er einen sensationellen Fund. Ein Fossil, aufgrund dessen eines der größten Kapitel in der Evolutionsgeschichte neu geschrieben werden musste. Ich fand den hinteren Teil eines Schädels, den ich nicht identifizieren konnte. Der Ohrbereich war sehr gut erhalten und half mir bei der Identifizierung. Die Form kam ihm vertraut vor, aber andere Details hatte Gingrich noch nie gesehen. Dies ist das Originalexemplar, das wir 1978 gefunden haben. Verschiedene Dinge stechen ins Auge. Es ist in Größe und Form dem Hinterkopf eines Wolfes sehr ähnlich. Aber da war etwas Sonderbares an dem Schädel. An seiner Unterseite befand sich eine walnussgroße Beule. Wenn diese Beule nicht wäre, hätte es ein archaisches, fleischfressendes Säugetier sein können. Aber die Beule ist eben da. Es war Teil des Innenohres dieses Tieres und es hatte eine charakteristische Form. Eine Form, die man heute nur noch bei einer Tierart findet. Bei den Walen. Was hatte das Ohr eines Wals im Schädel eines Tieres zu suchen, das einem Wolf ähnelte? Gingrich war fasziniert. Er konstruierte ein Modell, das zeigte, wie der vollständige Schädel dieses Geschöpfes ausgesehen haben könnte. Könnte dieser Fund das entscheidende, bislang fehlende Glied sein? Der erste fossile Beweis, der je für eine von Darwins mutigsten Thesen gefunden wurde, dass Wale sich aus den Landsäugetieren entwickelt haben? Um sicher zu gehen, musste Gingrich weitere Fossilien finden. Fossilien, die jede Etappe der Wahltransformation zeigen würden. Ich wollte sie alle aufreihen. Ich wollte, dass jeder das sehen und daran glauben kann, weil er es gesehen hat. Gingrich versuchte, nach Pakistan zurückzukehren, um seine Suche wieder aufzunehmen. Aber es tobte Krieg und die Grenzen waren geschlossen. Frustriert entschied sich Gingrich, andernorts zu suchen. Er hatte gehört, dass Skelette von Walen an einem Ort aufgetaucht seien, der sehr unwahrscheinlich schien. Dennoch machte er sich auf die Reise. Die Sahara-Wüste gehört zu den trockensten Gebieten der Erde. Vor 40 Millionen Jahren sah die Gegend noch ganz anders aus. Hier war einmal das Meer. Stellen Sie sich vor, dass die heutige Mittelmeerküste von Ägypten vor etwa 40 Millionen Jahren etwa 100 Kilometer weiter südlich verlief. Hier, wo einst die Wellen des Mittelmeeres schwappten, befindet sich heute ein 100 Quadratmeilen großes Gebiet aus Schicht Sandstein. Es trägt einen verblüffenden Namen. Tal der Wale. Die Bezeichnung ist sehr treffend. Überall in dieser trockenen Landschaft finden sich Anhäufungen, die aussehen, als wären sie aus rosafarbenen Steinen. Aber es sind keine Steine. Hier ist ein Bacillosaurus. Man kann sehen, wie groß die Wirbel sind. Hier ist ein Lendenwirbel, zum Teil verwittert. Es sind Skelette von Walen, 40 Millionen Jahre alt. Da hinten ist noch eines. Da drüben ist eins. Und da drüben ist noch eins. Das ganze Gebiet ist voller Wale. Warum gab es an diesem einen Flecken so viele Wale? Gingrich glaubt daran, dass das Tal der Wale einst eine geschützte Bucht war. Eine Lagune, die durch Unterwassersandbänke von der offenen See abgeschieden war. Möglicherweise brachten die Wale hier ihre Jungen zur Welt und kamen hierher, um zu sterben. Doch obwohl er Hunderte von Walknochen vor sich hatte, wurde Gingrich enttäuscht. Fast alle Skelette gehörten zu einer Walart namens Basilosaurus, einem 40 Millionen Jahre alten Lebewesen, das die Wissenschaftler bereits kannten. Der Basilosaurus lebte ständig im Wasser. Wenn die Wale sich aus Landsäugetieren entwickelt hatten, dann musste das lange vor dem Basilosaurus geschehen sein. Daher glaubte Gingrich nicht, dass die Knochen besonders aufschlussreich sein würden. Aber er hatte sich gründlich getäuscht. Nach wenigen Grabungstagen machte er einen zweiten erstaunlichen Fund. Es stellte sich heraus, dass der Basilosaurus etwas besaß, das die heutigen Wale längst verloren haben. Zum ersten Mal haben wir Wale, die Beine besitzen. Die Knochen waren klein, aber unverwechselbar. Ein Beckenknochen. Eine Kniescheibe. Sogar Zehen. Dieser Wal hatte eine komplette Garnitur von Beinknochen. Gingrich brachte so viel von dem Skelett zurück, wie er tragen konnte. Das war der dramatische Beweis, dass die Wale einst Vierbeiner waren. Seither zieht es Gingrich immer wieder in die Wüste, um weitere Einzelheiten dieser fantastischen Geschichte aufzudecken. Die Wissenschaftler glauben heute, dass der früheste Vorfahre der Wale diesem 50 Millionen Jahre alten wolfsähnlichen Säugetier namens Sinonix ähnelte. Sinonix war ein räuberischer Aasfresser, der an den Ufern eines Urmeeres gelebt und gejagt hat. Vielleicht stellten seine Nachkommen fest, dass das Wasser eine reichhaltigere Nahrungsquelle war und Zuflucht vor Rivalen bot. Über Millionen von Jahren entwickelten sich die Vorderbeine, die Hinterbeine verschwanden. Der Körper verlor seinen Pelz und nahm die uns vertraute Stromlinienform an. Seit Gingrichs erstem Fund, der Pachycetus getauft wurde, ist die Liste der nachgewiesenen Übergangsformen der Wale länger geworden. Sie umfasst jetzt auch Ambulocetus, Rodocetus, Durodon und Basilosaurus. Diese Wesen enthüllen ein weiteres Element der Evolution der Wale. Das allmähliche Wandern der Nüstern an die Kopfoberseite, um sich an das Atmen im Wasser anzupassen. Gingrichs Arbeit bewies, worauf Darwin bestanden hatte. Der Beweis für die Evolution ist überall um uns herum, wenn wir nur danach suchen. Und die Knochen sind nicht der einzige Beweis für die Evolution der Wale. Ihr Ursprung ist auch daran zu erkennen, wie sie sich bewegen. Frank Fish untersucht, wie die heutigen Meeressäuger schwimmen. Er sucht nach ihrem abstammungsgeschichtlichen Erbe, indem er beobachtet, wie sie sich durch das Wasser bewegen. Die große Frage ist, wie kommt man von einem terrestrischen Säugetier, das auf vier Beinen herumgelaufen ist, zu etwas wie einem Delfin, der jetzt überhaupt keine Beine mehr hat und gut an das Schwimmen im Ozean angepasst ist. Auch wenn Wale wie Fische aussehen, schwimmen sie nicht wie diese. Fische schwimmen, indem sie ihr Rückgrat von Seite zu Seite biegen, wie beispielsweise dieser Hai. Aber Säugetiere schwimmen anders. Dieser Otter schwimmt, indem er seine Wirbelsäule wellenförmig auf und ab bewegt. Genauso machen es die Wale. Es ist genau dieselbe Art, in der Landsäugetiere ihr Rückgrat benutzen, wenn sie schnell laufen. Wale haben ihre ererbte Bewegungsweise mit ins Wasser genommen. Und das ist 50 Millionen Jahre später noch immer zu erkennen. In gewisser Hinsicht hat die Evolution bei den Walen nichts Neues erfunden. Sie hat nur an den Landsäugetieren manipuliert. Das Alte wird benutzt, um etwas Neues zu schaffen. Und das nennen wir Manipulieren. Und dies geschieht bei jeder Tierart, jederzeit während des Evolutionsprozesses. Der Ausgangspunkt für die Wale war ein vierbeiniges Landtier, das vor über 50 Millionen Jahren lebte. Aber Landlebewesen waren ebenfalls das Produkt einer Transformation, einer weitaus früheren. Vor hunderten Millionen Jahren gab es keine Tiere an Land. Davor lebten alle unsere entfernten Vorfahren im Wasser. An einem gewissen Punkt fand diese Verschiebung vom Leben im Wasser zum Leben an Land statt. Das ist eine gewaltige Veränderung. Wenn die frühen Tiere diesen Entwicklungsübergang nicht durchlaufen hätten, dann wären wir heute nicht hier. Und es ist wichtig zu verstehen, wie, wann und möglicherweise wo dieser Übergang stattfand. Die ersten Geschöpfe, die das Wasser verließen, haben völlig neue Lebensformen in Gang gesetzt. Ihre Abkömmlinge entwickelten sich zu den heutigen Reptilien, Vögeln und Säugetieren. Der gemeinsame Ursprung dieser Geschöpfe ist noch immer an ihren Körpern zu erkennen. Genau wie wir haben sie alle Körper mit vier Gliedern. Alle sind Vierfüßler. Das bedeutet, dass all diese verschiedenen Wesen von einem gemeinsamen Ahnen abstammen, der etwas den Gliedmaßen Verwandtes oder etwas ganz Ähnliches hatte. Und wer war dieser gemeinsame Vorfahre? Wie konnte er vor 370 Millionen Jahren das Wasser überhaupt verlassen? Diese Fragen versuchen die Paläontologen Neil Schubin und Ted Deschler zu beantworten. Sie sind der Meinung, dass die Klippen hier in Zentral-Pennsylvania einige Hinweise liefern könnten. Die Wissenschaftler sind hier, um nach historischen Vierfüßlerfossilien zu suchen. Das Felsgestein dieser Hügel entwickelte sich in einem Abschnitt der Erdgeschichte, der heute Devon genannt wird. Damals im Devon war diese Welt ganz anders. Die Kontinente haben sich ständig verschoben. Dieser Ort befand sich südlich des Äquators. Es war warm, ein weitaus tropischeres Klima in Pennsylvania. Vor hunderten Millionen Jahren haben sich die Fossilien und Sedimente in diesen Schichten am Boden eines Wasserlaufes gesammelt. Hier haben wir einen Schnappschuss vom Leben in einem Bach vor etwa 370 Millionen Jahren. Dies sind Versteinerungen von Schuppen und Zähnen. Dieser kleine Knochen hier, das ist die Wirbelsäule eines Geschöpfes, das als Stachelhai bekannt ist. Die meisten Fossilien sind zu stark zersplittert, um von allzu großem Wert zu sein. Aber Deschler stieß 1995 genau an dieser Stelle auf etwas, was er noch nie zuvor gesehen hatte. Es war ein kleiner Schulterknochen, aber nicht von einem Fisch. Es handelte sich um die Schulter eines Vierfüßlers, 370 Millionen Jahre alt. Schubin und Deschler hatten die Überreste eines der ersten vierbeinigen Geschöpfe zutage gefördert. Das war der erste Beweis in ganz Nordamerika für diese frühen Tetrappoden. Und das sorgte für große Aufregung. Es gab noch eine weitere Überraschung. Da dieser Vierfüßler im Bett eines Flusses gefunden wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass er im Wasser lebte. Das ist eine sehr überraschende Entdeckung. So etwas hätten wir nicht unbedingt vermutet. Warum sollte ein Tier mit Extremitäten im Wasser leben? Zuvor galt die Annahme, dass sich Gliedmaßen entwickelten, um an Land vorwärts zu kommen. Ursprünglich stellte man sich vor, dass die Fische zuerst ans Ufer kamen und dann Beine entwickelt haben. Jetzt glauben wir aber, dass die Vierfüßler zuerst Finger entwickelten und dann das Wasser verließen. Jenny Kleck hat den Verdacht, dass die Theorie, die in vielen Lehrbüchern gelehrt wird, falsch ist. Die Geschichte, die man in vielen alten Lehrbüchern findet und die Bilder, die man in Kinderbüchern und Museen sieht, das ist das Bild eines Fisches, der in einem ausgetrockneten Tümpel gestrandet ist und versucht, sich außerhalb des Wassers fortzubewegen. Objektiv betrachtet wirkt das recht merkwürdig. Jenny Kleck dachte, es müsse eine bessere Erklärung geben. Aber wo sollte sie danach suchen? Nur eine Handvoll früher Tetraportfossilien war bislang gefunden worden, die meisten davon in Grönland um die Jahrhundertwende. Alles, was sie zu ihrer Orientierung hatte, waren Notizen in einem Tagebuch, die vor Jahren bei einer Erkundungsreise durch Grönland gemacht wurden. Sie bezogen sich auf Tetraportfossilien an einem nicht näher benannten Berg. Kleck flog nach Grönland, um nach diesen Knochen zu suchen. Letztendlich fanden wir diesen Fleck 800 Meter hoch an einem Bergabhang. Kleck kehrte mit vier Tonnen Felsgestein zurück und verbrachte die nächsten vier Jahre damit, sie aufzubohren. Am Ende hatte sie ein fast vollständiges Skelett eines frühen Vierfüßlers. Es sollte die Lehrbücher für immer verändern. Eines der ersten Dinge, die wir fanden, war diese Vorderextremität. Am Ende dieses Gliedes des Tieres befand sich eine unverwechselbare Anordnung von Knochen. Dies war eine Hand. Dies ist ein Rekonstruktionsversuch. Der Künstler hat seine Fantasie walten lassen, was das Farbspektrum und die Augen betrifft. Aber wir glauben, dass es kaum exakter sein könnte. Dieses Wesen, genannt Akant Hostiga, war eindeutig ein Wasserbewohner. Es hatte einen fischähnlichen Schwanz und Kiemen. Aber die Enden seiner Arme waren wie ein Paddel geformt. Möglicherweise die ersten Hände auf Erden. Dies war eine schwimmende Kreatur. Wir wissen nicht, ob sie jemals an Land kommen konnte. Aber sie konnte ganz sicher nicht laufen. Eigentlich ist es ein Fisch mit Fingern. Klecks Fund war ein wissenschaftlicher Durchbruch. Er war der Beweis dafür, dass einige Fische Arme und Beine hatten. Die Vierfüßler mussten die Gliedmaßen also nicht erst entwickeln, nachdem sie an Land gekommen waren. Die Gliedmaßen waren bereits da. Und sie halfen den Vierfüßlern dabei, außerhalb des Wassers zu überleben. Die grundlegenden Muster für Gliedmaßen waren schon seit Millionen Jahren vorhanden. Hier haben wir die Flosse eines 370 Millionen Jahre alten versteinerten Fisches und den Arm eines Menschen. Bei einem menschlichen Arm hat man erst einen Knochen, dann zwei Knochen, das Handgelenk und die Finger. Und was hat man bei dieser Flosse? Man hat einen Knochen, zwei Knochen, sogar kleine Knochen, die man mit einem Handgelenk vergleichen kann. Und dann Stäbe, die vom Rest der Extremität wegragen. Genau wie unsere Finger oder Zehen. Man hat also bei dieser Fischflosse, die bereits vor 370 Millionen Jahren entstand, viele der Knochen, aus denen die Gliedmaßen eines Vierfüßlers bestehen. Da das Grundmuster bereits vorhanden war, fand der Übergang von Flosse zu Gliedmaßen in einer Reihe von kleinen Veränderungen statt, die sich über Millionen von Jahren erstreckten. Die Evolution hat kein Ziel. Die Evolution versuchte nicht, Gliedmaßen auszubilden. Sie versuchte nicht, unsere entfernten Vorfahren aus dem Wasser zu drängen. Was dort geschah, war eine Reihe von Experimenten. In den dicht bevölkerten Süßwasserbächen, in denen sich die Tetrapoden zuerst entwickelten, gab es ausgeprägte Konkurrenzkämpfe ums Überleben. Diese kleinen Bäche waren sozusagen der Antrieb oder die Feuerprobe evolutionärer Veränderungen. Die Fische experimentierten mit allen möglichen Überlebensstrategien. Einige wurden Raubtiere. Der Besitzer dieses Kiefers war ein dreieinhalb Meter langer Raubfisch. Seine Zähne waren so groß wie Nägel an Eisenbahnschienen. Kleinere Fische entwickelten ausgefeilte Verteidigungsmechanismen, wie zum Beispiel diesen schweren Panzer. Andere legten sich Waffen zu, wie diesen scharfen Stachel. Er ragte aus dem Nacken des Fisches hervor. Diese Rüstung diente dazu, in einer gefährlichen Welt zu bestehen. Vielleicht gaben die neu entwickelten Arme und Beine den ersten Vierfüßlern eine weitere Möglichkeit zum Überleben. Es ging darum, einen anderen Weg zu nehmen. Es diente dazu, an Land zu kommen, was diese Tiere dazu befähigte, anderen aus dem Weg zu gehen. Diejenigen, die an Land gekommen waren, fanden eine neue Welt voller Möglichkeiten vor. Der Schritt aus dem Wasser ans Land war nur das letzte Beispiel dafür, wie die Evolution mit völlig neuen Formen experimentiert. Eine frühere radikale Entwicklung, vielleicht die wichtigste von allen, passierte vor gerade mal einer halben Milliarde Jahren. Diese Entwicklung führte zur Entstehung der Tiere. Die Evolution manipulierte die Fische, sodass sich Gliedmaßen ausbildeten. Aber die Fische tragen ihre eigene Vergangenheit als Ballast. Stellen Sie sich einen Fisch vor. Der Fisch hat einen Kopf, er hat einen Schwanz und dazwischen ein paar Flossen. Das ist der Bauplan eines Körpers. Aber das ist nur eine von vielen möglichen Arten, wie Tiere zusammengesetzt sein können. Manche Tiere sind scheibenförmig, wie die Quallen. Andere Tiere haben eine Unmenge kleiner Beinchen. Die Frage ist also, welche Art Manipulation führte zu diesem Bauplan? Womit wir es hier zu tun haben, ist der Ursprung der Tiere. Die Tiere erschienen sehr früh auf der Erde, vor etwa 570 Millionen Jahren. Wissenschaftler bezeichnen diese entscheidende Transformation als die Cambrische Explosion. Die Cambrische Explosion war ganz gewiss einer der größten Durchbrüche in der Geschichte des Lebens. Vor etwa einer halben Milliarde Jahren änderten sich die Dinge plötzlich. Explosionsartig kam es zu dieser außergewöhnlichen Vielfalt. Dieses unerwartete Auftauchen der Fossilien führte zu dem Begriff der Cambrischen Explosion. Und Darwin war direkt wie immer. Er sagte, es gibt ein Problem für meine Theorie. Wie kann es sein, dass plötzlich Tiere aus dem Nichts aufzutauchen scheinen? Und in gewissem Sinne ist das noch immer ein Rätsel. Fast alles, was wir über die Cambrische Explosion wissen, ist das Ergebnis einer einzigen Entdeckung. Wahrscheinlich dem größten Fossilienfund der Geschichte. Als er 1913 im kanadischen Teil der Rocky Mountains kletterte, entdeckte der Paläontologe Charles Walkett eine Schieferschicht mit tausenden von äußerst detaillierten Fossilien. Diese Tiere, allesamt Meeresbewohner, gerieten in einen katastrophalen Schlammrutsch unter Wasser. Über die nächsten 500 Millionen Jahre hob sich der Meeresboden, der sie umschloss, und wurde zur Bergspitze. Walkett barg mehr als 60.000 Fossilien. Simon Conway Morris hat diese Fossilien mehr als 30 Jahre lang untersucht. Es ist beinahe so, als sei man auf einem anderen Planeten mit einem Fischerboot und einem Netz. Das Netz wird in den tiefen Ozean geworfen, doch keiner weiß, was daraus auftauchen würde. Einige der versteinerten Wesen waren bereits bekannt. Hier ist ein Trilobit, der sehr gut erhalten ist. Trilobiten sind ausgestorbene Gliederfüßer, Geschöpfe mit Außenskelett. Die heutigen Krebse und Hummer, Insekten und Spinnen, alle sind Gliederfüßer. Und damit Abkömmlinge dieser Trilobiten. Andere Tiere vom Burgess Shale, dem Fundort, waren bizarre, fremdartig wirkende Geschöpfe. Ein Tier mit fünf Augen und einem langen, einziehbaren Rüssel. Eines hat lange, spitze Stacheln, die von seinem Rücken aufragen. Ein weiteres trägt einen Kreis von Zacken um den Mund. So fremdartig diese Geschöpfe uns auch vorkommen, so überraschend vertraut sind sie uns. Wie die heute lebenden Tiere haben sie Körper mit Köpfen, Schwänzen, Extremitäten. Spezialisierte Teile mit bestimmten Funktionen. All die grundlegenden Baupläne von Körpern, die wir heutzutage in der Natur finden, waren bereits vorhanden. Jedes Tier, das in den vergangenen 500 Millionen Jahren gelebt hat, ist entstanden, weil die Natur mit diesen ursprünglichen Formen experimentiert hat. Vielleicht ist dies die Krönung vom Burgess Shale. Dies ist Picaya. Picaya, ein winziger Wurm, ist eines der seltensten Fossilien. Es ist das einzige mit einem internen Nervenstrang, der einem Rückgrat ähnelt. Das könnte bedeuten, dass Geschöpfe wie Picaya die ersten Vorfahren aller Tiere mit einem Skelett sind. Vielleicht ist dies der Vorläufer der Fische. Und so letztendlich durch eine lange Evolutionsgeschichte von uns selbst. Warum ist die Cambrische Explosion von Bedeutung? Sie ist es aus mehreren Gründen. Sie ist ein Teil unserer Geschichte. Und sie bezeichnet die Zeit, als zum ersten Mal Tiere auftauchen. Wir schauen zurück und sehen, wie sich ein Teil unserer Geschichte entfaltet. Was lernen wir also daraus, wenn wir 600 Millionen Jahre Tiergeschichte betrachten? Die Evolution manipuliert an den Säugetieren herum, um Wale zu erschaffen. Genauso wie sie Fische manipuliert, um Vierfüßler zu gestalten. Und sie manipuliert die Tierwelt, um all die unterschiedlichen Körperformen hervorzubringen, die wir sehen. All diese unterschiedlichen Kreaturen sind Variationen desselben Themas, immer wieder neu geformt. Die Frage war, womit hat die Evolution gespielt? Eine der bemerkenswertesten Entdeckungen der letzten 20 Jahre ist, dass die Evolution nicht mit den Körpern experimentiert, sondern mit dem Rezept und der Maschinerie, die Körper baut. Welches Rezept? Welche Maschinerie? Es sind die Gene. Die Fossilien konservieren die Veränderungen in den Tierkörpern. Aber wie genau sich die Körper verändert haben, war unbekannt. Die Suche nach dem genetischen Mechanismus der Evolution hat fast das gesamte vergangene Jahrhundert gedauert. Als die Wissenschaftler ihn endlich fanden, waren sie erstaunt darüber, wie einfach er im Grunde war. Eine der Schlüsselfiguren dabei war Mike Levine. Ich war wohl ein merkwürdiges Kind. Käfer mochte ich immer gern. Wir hatten einen schönen, großen Garten, der wie ein Heiligtum für mich war. Dort habe ich mit Käfern gespielt, habe sie seziert und manipuliert. Das ist wirklich die angenehmste Erinnerung, die ich habe. Levines Leidenschaft führte ihn dazu, Biologie zu studieren. Ein bestimmtes Insekt faszinierte ihn besonders. Sie haben eine kurze Generationsdauer und sie haben viele Muster. Wenn man sie aus der Entfernung betrachtet, sieht man es ihnen nicht an. Aber wenn man eine Fruchtfliege unter dem Mikroskop sieht, ist man erstaunt über die Anzahl der Borsten, die Kompliziertheit ihrer Flügel, die Muster ihrer Augen. Die Embryos sind etwas ganz Spezielles. Ich liebe die Embryos. Wissenschaftler hatten schon lange vermutet, dass Embryos die Frage klären könnten, wie Tiere sich entwickeln. Am Anfang sind die Embryos ein Verbund von fast identischen Zellen. Aber bald teilt sich der Embryo in spezialisierte Segmente, die sich zur endgültigen Form des Tieres entwickeln. Was steuert diesen Prozess? Und woher wissen die Embryos, welche Form sie annehmen müssen? Einer der ersten Menschen, der diese Fragen untersucht hat, war ein Naturforscher des 19. Jahrhunderts namens William Bateson. Bateson schrieb, dass Tierskelette eine grundlegende Struktur von sich wiederholenden Segmenten aufweisen. Er machte auch die Beobachtung, dass sich Tiere gelegentlich so entwickelten, dass einige Segmente am falschen Platz saßen. Insekten mit den Beinen am falschen Fleck, oder Krebse mit Scheren als Beine, oder anatomische Exemplare von Pythons mit zusätzlichen Rippen, Frösche mit überzähligen Halswirbeln, alle möglichen Dinge. Für Bateson bedeuteten diese Fehlentwicklungen, dass der zugrunde liegende Bauplan für das Tier gestört worden war. Er hatte keine Ahnung, wie das geschah. Aber er vermutete, dass diese zufälligen Veränderungen bei der Ausbildung der Körper der Treibstoff für die Evolution sein könnten. In den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten die Wissenschaftler, die mit den Fruchtfliegen arbeiteten, gelernt, wie Störungen im Entwicklungsbauplan verursacht werden können. Indem man heranwachsende Embryos, Strahlung und Giften aussetzt. Dabei entstanden Fliegen mit veränderten Flügelstrukturen oder veränderten Beinen. Und diese ganz besonderen Fliegen, die einen Teil des Körpers am falschen Fleck haben, oder eine Kopie eines normalen Körperteils an einem anderen Platz. Die Wissenschaftler lösten diese Veränderungen aus, indem sie die DNA der Fliegen beschädigt hatten. In jeder Zelle des sich entwickelnden Embryos befindet sich ein kettenähnliches Molekül, die DNA. Die Experimente zeigten zum ersten Mal, dass die DNA irgendwie dafür sorgte, dass das Embryo sich in die Segmente teilte, die letzten Endes zu voll ausgeformten Körpern werden. Aber wie? Die Wissenschaftler begannen zu begreifen, dass die DNA selbst aus Segmenten bestand, also aus den Genen. Die Frage war, wie haben die Gene den Körper gebaut? Der Forscher Dr. Ed Lewis von der Caltech University hat diese Frage 30 Jahre lang untersucht, indem er Tausende von Fliegen miteinander kreuzte. Lewis' Arbeit führte zu einer kontroversen Idee. Er ging davon aus, dass die Embryos durch einen überraschend einfachen Mechanismus gebildet werden. Seine These, jedes Segment der Fliege erhält von einem einzigen Gen den Befehl zu wachsen. Eine kleine Anzahl von Genen, eine Art genetischer Werkzeugkasten, schien die gesamte Körperstruktur zu bestimmen. Und als Bateson sich diese Gene anschaute, sagte er, dieses hier wirkt sich auf diesen Teil des Körpers aus, dieses hier auf den anderen Teil. Das war eine erstaunliche Beobachtung. Es war so erstaunlich, weil es zu einfach schien. Niemand sonst glaubte daran, dass einzelne Gene die Macht dazu hätten, etwas so Komplexes wie die Struktur des Körpers zu steuern. Skeptiker argumentierten damit, dass Lewis' Idee auf Vermutungen beruhte. Natürlich hatte er die Gene nie gesehen, da es noch keine Techniken gab, die das möglich machten. Von den 20er bis zu den 70er Jahren war es nicht möglich, spezifische Gene physisch zu isolieren. Diese Gelegenheit bot sich zum ersten Mal zu meinem Glück, zu der Zeit, als ich Student war. Und viele von uns dachten, wow, endlich können wir rangehen und diese mysteriösen Gene identifizieren. Levine zog seinen Freund und wissenschaftlichen Kollegen Bill McGuinness hinzu. Das erste Gen, das sie sich vornahmen, trug einen ungewöhnlichen Namen. Antenepedia, was Fühlerbeine bedeutet. Man glaubte, dass dieses Gen das Wachstum der Beine steuert. Wenn das Gen eine Fehlfunktion aufwies, wuchsen den Fliegen Beine an den falschen Stellen, auf dem Kopf oder anstelle der Fühler. Bei normalen Fliegen wachsen die Beine aus der Mitte, dem Bereich der Mittellalb genannt wird. Levine und McGuinness entschlossen sich also dazu, das Gen in der Mitte eines normalen Embryokörpers zu suchen. Wir dachten, dass Antenepedia sich im Mittellalb ausdrückt, dem sich entwickelnden Mittellalb des Embryos. Aber wer wusste das schon? Levine und McGuinness mussten etwas tun, was noch nie zuvor jemand getan hatte. Sie mussten eine Möglichkeit finden, ein Gen in Aktion zu erleben. Wir wollten das Gen markieren. Und das war eine sehr mühevolle Arbeit. Dieses Projekt verlangte neue und bislang nicht getestete Methoden. Zuerst funktionierte es nicht besonders gut. Viele technische Probleme mussten gelöst werden. Das Team musste ein heikles Gleichgewicht zwischen radioaktiven Sonden und giftigen Enzymen finden. Zu viel von einer dieser Komponenten würde die Embryos zerstören. Dieser Prozess war unglaublich langweilig. Nicht besonders befriedigend. Monate empirischer Untersuchungen folgten. Oft sagte man zu uns, wisst ihr, ihr solltet etwas anderes probieren, das ist aussichtslos. Ihr verschwendet eure Zeit. Aber wir machten weiter. Eines Nachts zahlte sich die monatelange Arbeit endlich aus. Und da war dieser Augenblick, als wir sahen, dass das Gen in einem Band in der Mitte eines Embryos im sehr frühen Stadium aktiv war. Das wurde noch nie zuvor beobachtet. Das Antennepedia-Gen funktionierte wie ein Hauptschalter. Es schaltete das Segment des Embryos an, das zum Mittelleib werden würde. Die Schlussfolgerungen waren fantastisch. Wenn einzelne Gene wie Antennepedia ganze Segmente eines Tieres definieren konnten, dann funktionierten diese Gene sozusagen als Architekten des ganzen Körpers. Und wenn eines dieser Gene am falschen Ort aktiv wurde, könnte das zu auffallenden Veränderungen im Körper führen. Es schien so, als hätten Levine und McGuinness die Gene entdeckt, die für die Evolution der Körper verantwortlich waren. Aber es gab noch immer Zweifel. Die Arbeiten waren ausschließlich an Fruchtfliegen durchgeführt worden. Was war mit den anderen Tieren? Benutzten sie dieselben Mechanismen, um ihre Körper zu gestalten? Die Antwort kam aus der Schweiz. 1994 konnte Walter Gehring von der Basler Universität das Gen isolieren, das für das Wachsen der Augen bei den Fruchtfliegen verantwortlich war. Das Gen wurde Eyeless genannt, weil Fliegen sich ohne Augen entwickelten, wenn das Gen fehlte. Gehring wusste von einem Gen bei Mäusen, das genauso funktionierte. Gehring fragte sich, waren die beiden Gene identisch? Wir nahmen das Mausgen und setzten es in die Fruchtfliege. Wir wollten sehen, ob die Fliegen die Botschaft der Maus verstehen können. Gehring entfernte das Augengen der Fliegen und ersetzte es durch das Mausgen. Überraschenderweise funktionierte das Mausgen hervorragend. Es hat ein Facettenauge bei der Fruchtfliege gebildet. Der Fruchtfliege wuchsen normale Fruchtfliegenaugen, mit Hilfe des Gens einer Maus. Beide Wesen haben nicht nur denselben Mechanismus benutzt, sie haben genau dasselbe Gen verwendet. Dies war der Mechanismus, der auch zu zusätzlichen Flügeln aus dem Kopf sprießenden Beinen und missgebildeten Tieren führen kann. Die Suche, die ein Jahrhundert gedauert hatte, war beendet. Der genetische Motor der Evolution der Körper war eine Handvoll winziger, mächtiger Gene. Dies bedeutet, dass die Evolution in gewisser Hinsicht ein einfacherer Prozess ist, als wir zuerst dachten. Besonders, wenn man an die große Vielfalt von Formen dort draußen denkt. Wir glaubten zuerst, dass dieses alle möglichen Neuschöpfungen beinhalten würde, dass wieder und wieder komplett von vorn angefangen würde. Jetzt wissen wir, nein, die Evolution funktioniert mit gebündelten Informationen und sie nutzt sie auf neue und unterschiedliche Weisen, in neuen und unterschiedlichen Kombinationen, ohne notwendigerweise etwas fundamental Neues erfinden zu müssen. Nur neue Kombinationen. Plötzlich gab es eine Erklärung für die Übereinstimmung der Formen in der Tierwelt. Tiere ähneln einander, weil sie alle aus dem gleichen Genpool schöpfen, um ihre Körper zu bilden. Eine Anzahl Gene, die sie von einem gemeinsamen Vorfahren geerbt haben, der vor langer Zeit lebte. Was wir bei den Tieren sehen, sind nur Variationen eines Bauplans, der schon vor mehr als einer halben Milliarde Jahre existierte. Man muss unweigerlich eine Folgerung daraus ziehen, und die lautet, Wenn alle diese Zweige diese Gene haben, dann gibt die Basis Auskunft darüber, welcher der jüngste gemeinsame Vorfahre all dieser Tiere ist. Man schließt dann daraus, dass dieser über alle Gene verfügt hat. Die ganze Radiation der Tiere, die Triebfeder der tierischen Vielfalt, ist im Grunde genommen durch denselben Genbestand gespeist worden. Ed Lewis und seine Mitarbeiter erhielten 1995 den Nobelpreis für ihre Entdeckung des universellen Genbestandes, der die Körper von Tieren gestaltet. Das war eine riesige Überraschung. Nicht nur für meine Mutter, die sagt, Mein Gott, ein Regenwurm und eine Maus, ein Regenwurm und ich, wir haben etwas gemeinsam. Auch für die Wissenschaftler war das überraschend. Ein immer gleicher Mechanismus, nachdem Embryos bei verschiedenen Tierarten gebildet werden. Und was ist mit uns? Unsere Körper sind aus den gleichen Genen konstruiert, die auch die Tiere gebaut haben. Und doch sind wir anders. Kein Tier plant oder erschafft, wie wir es tun. Wir scheinen so etwas Besonderes zu sein, dass es schwerfällt, nicht daran zu glauben, dass wir nicht irgendwie eine Ausnahme in der Evolution sind. Aber wir sind keine Ausnahme. Die Transformation, die zu uns Menschen führte, unterscheidet sich nicht von anderen Transformationen. Der Wendepunkt in unserer Geschichte scheint sich vor etwa sieben Millionen Jahren ereignet zu haben, als unsere Vorfahren von den Bäumen kletterten und lernten, auf zwei Beinen zu gehen. Wahrscheinlich geschah es zuerst in Ostafrika. Als diese Vorfahren von den Bäumen herunterkamen und anfingen, Nahrungsquellen am Boden sowie Lebensräume auf der Erde zu erschließen, waren ihre vorderen Gliedmaßen eines der Schlüsselelemente. Es war hilfreich für sie, ihre Hände zu befreien, damit sie die Nahrung sammeln konnten und diese über weite Strecken zu transportieren. Das hat ihnen völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Dadurch erschlossen sich unsere Vorfahren eine üppige Nahrungsquelle. Und das näherte das Gehirn. Es wuchs und steigerte die Intelligenz. Ein Kreislauf entstand. Ein größeres Gehirn führte zu besseren Werkzeugen. Bessere Werkzeuge zu größeren Gehirnen. Aber wie wurden wir zu Wesen, die auf zwei Beinen laufen? Liza Shapiro von der University of Texas sucht bei lebenden Primaten nach der Antwort. Wenn man sich Fossilien anschaut, dann hat man eigentlich nur einen Stapel Knochen. Man kann nicht viel erfahren, wenn es keine lebenden Entsprechungen gibt. Wenn man lebende Tiere ansieht, hat man die Knochen. Aber man kann auch beobachten, wie sie sich bewegen. Lemuren sind heute noch lebende Primaten, die unseren frühen, auf Bäumen wohnenden Vorfahren am meisten ähneln. Shapiro glaubt, sie könnten Aufschluss darüber geben, wie unsere Entwicklung zum aufrechten Gang begann. Wenn wir versuchen, das Szenario zu rekonstruieren, wie sich die Menschen von diesen Vorfahren zu zwei Beinen entwickelt haben, müssen wir wissen, womit es angefangen hat, wenn wir eine Erklärung dafür finden wollen. Nicht nur dafür, wie dieser Wandel stattfand, sondern auch warum. Heute sammelt Shapiro Daten über den Bewegungsablauf eines Lemuren. Am Rücken des Tieres wurden kleine Reflektoren angebracht. Einige Infrarotkameras werden den Affen aufnehmen, während er über diese improvisierte Brücke läuft. Es ist nicht leicht, einen Lemuren dazu zu bringen, auf ein Zeichen hin etwas zu tun. Die Bewegung des Rückgrats kann jetzt in drei Dimensionen analysiert werden. Die Daten zeigen, dass die Wirbelsäule eines Lemuren extrem flexibel ist, fähig, alle möglichen Bewegungen auszuführen. Lemuren laufen auf vier Beinen, aber sie können auch sehr gut springen. Vielleicht haben sich unsere Vorfahren auf alle möglichen Weisen bewegt, wie die Lemuren. Auf allen Vieren sind die Bäume hochgetollt, haben sogar aufrechte Sprünge gemacht. Ihre vielen unterschiedlichen Bewegungen könnten der Beginn für zahlreiche evolutionäre Experimente gewesen sein. Wir waren nicht die einzigen, die sich aus diesem Lemuren-ähnlichen Vorfahren entwickelt haben. Die meisten der noch heute lebenden Primaten taten das auch. Unser engster Verwandter unter den Tieren ist der Schimpanser. Schimpansen und Menschen haben einen nicht weit zurückliegenden gemeinsamen Ahnen. Deshalb ist unsere DNA nahezu identisch mit ihrer. Und deswegen hat unser Skelett die gleiche Anzahl an Knochen auf die gleiche Weise angeordnet. Aber die paar körperlichen Unterschiede, die uns trennen, scheinen einen großen Unterschied ausgemacht zu haben. Schimpansen laufen nicht auf zwei Beinen. Sie haben eine andere Fortbewegungsmethode entwickelt, den sogenannten Knöchelgang. Der Knöchelgang ist eine sehr spezialisierte Anpassung, die wir heute bei Schimpansen und Gorillas sehen. Es ist eine Anpassung an das Gehen auf dem Boden. Der Knöchelgang war ein genauso wichtiges evolutionäres Experiment wie das Laufen auf zwei Beinen. Aber dieser Unterschied in unserer Gangart, der sich auf unseren Intellekt ausgewirkt haben könnte, zeigt sich in einigen leichten Abweichungen in unserem Skelett. Hier sind zwei Skelette von heutigen Primaten. Ich bin sicher, Sie erkennen alle dieses Skelett, denn es ist ein Skelett für Ihres. Es ist ein Mensch der Neuzeit. Aber dieses kleinere Skelett stammt von unseren engsten lebenden Verwandten, von einem Schimpansen. Der Mensch fing an zu gehen auf zwei Beinen. Und das machte eine große Veränderung im Skelett aus. Eine Besonderheit bei Menschen ist, dass das Rückenmark direkt von der Schädelbasis kommt und gerade nach unten geht. Was wäre gewesen, wenn unsere Vorfahren sich nicht aufgerichtet hätten? Was, wenn sie einen anderen Pfad auf dem Weg zum Menschwerden eingeschlagen hätten? Die meisten Menschen irren sich, wenn sie glauben, dass dieser Prozess mit einem Ziel ablief. Dass es so gut wie unausweichlich war, dass wir heute hier sind. Dass die egozentrische Spezies, der Homo sapiens, sich auf diese Weise entwickelt. Wir erkennen, dass die Evolution bei uns genauso funktioniert hat wie bei jedem anderen Organismus auf diesem Planeten. Die Gattung Mensch ist aus einer Reihe von Zufällen, spezifischen Anpassungsmechanismen, gewählten Gelegenheiten und verpassten Chancen hervorgegangen. Wenn wir unseren eigenen Ursprung betrachten, unsere eigene Evolution, dann stellen wir fest, dass es außergewöhnlich ist, dass menschliche Wesen hier sind und über ihre Vergangenheiten achdenken können. Heißt das, dass wir nicht in vielerlei Hinsicht einzigartig wären? Selbstverständlich nicht. Wir sind diejenigen, die diese Geschichte erzählen und das ist sehr wichtig, dass die Evolution an einen Punkt gekommen ist, an dem ein Geschöpf entstand, das diese Geschichte erzählen kann. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Die Rechnung ist sehr treffend. Überall in dieser trockenen Landschaft finden sich Anhäufungen, die aussehen, als wären sie aus rosafarbenen Steinen. Aber es sind keine Steine. Man kann sehen, wie groß die Wirbel sind. Hier ist ein Lendenwirbel, zum Teil verwittert. Es sind Skelette von Walen, 40 Millionen Jahre alt. Da hinten ist noch eines. Da drüben ist eins. Und dort drüben ist noch eins. Das ganze Gebiet ist voller Wale. Warum gab es an diesem einen Flecken so viele Wale? Gingrich glaubt daran, dass das Tal der Wale einst eine geschützte Bucht war, eine Lagune, die durch Unterwassersandbänke von der offenen See abgeschieden war. Möglicherweise brachten die Wale hier ihre Jungen zur Welt und kamen hierher, um zu sterben. Doch obwohl er Hunderte von Walknochen vor sich hatte, wurde Gingrich enttäuscht. Fast alle Skelette gehörten zu einer Walart namens Basilosaurus, einem 40 Millionen Jahre alten Lebewesen, das die Wissenschaftler bereits kannten. Der Basilosaurus lebte ständig im Wasser. Wenn die Wale sich aus Landsäugetieren entwickelt hatten, dann musste das lange vor dem Basilosaurus geschehen sein. Daher glaubte Gingrich nicht, dass die Knochen besonders aufschlussreich sein würden. Aber er hatte sich gründlich getäuscht. Nach wenigen Grabungstagen machte er einen zweiten erstaunlichen Fund. Es stellte sich heraus, dass der Basilosaurus etwas besaß, das die heutigen Wale längst verloren haben. Zum ersten Mal haben wir Wale, die Beine besitzen. Die Knochen waren klein, aber unverwechselbar. Ein Beckenknochen. Eine Kniescheibe. Sogar Zehen. Dieser Wal hatte eine komplette Garnitur von Beinknochen. Gingrich brachte so viel von dem Skelett zurück, wie er tragen konnte. Das war der dramatische Beweis, dass die Wale einst Vierbeiner waren. Seither zieht es Gingrich immer wieder in die Wüste, um weitere Einzelheiten dieser fantastischen Geschichte aufzudecken. Die Wissenschaftler glauben heute, dass der früheste Vorfahre der Wale diesem 50 Millionen Jahre alten wolfsähnlichen Säugetier namens Sinonix ähnelte. Sinonix war ein räuberischer Aasfresser, der an den Ufern eines Urmeeres gelebt und gejagt hat. Vielleicht stellten seine Nachkommen fest, Das Tierleben tauchte in den letzten zehn Minuten dieser Stunde auf. Die gesamte Geschichte der Menschheit, unsere Zivilisation, unsere Evolution, das geschah in der letzten hundertstel Sekunde dieser Stunde. Die Menschen erschienen sehr spät auf der Erde. Aber sie wurden durch dieselben Kräfte geprägt, die auch alles andere Leben auf dieser Erde gestaltet haben. Um zu verstehen, wie der Mensch in das Bild passt, müssen wir zurückblicken. In eine Zeit, die weit vor unserer eigenen Entstehung liegt, und müssen untersuchen, wie andere Lebewesen entstanden sind. Wale sind die größten heute lebenden Tiere. Wie die Menschen haben auch Wale und Delfine erst kürzlich ihre heutigen Formen angenommen. Lange Zeit war der Ursprung dieser Meeressäuger ein wissenschaftliches Rätsel. Wale sind ganz anders als andere Säugetiere, sodass wir sie nicht leicht in Verbindung zu anderen Lebewesen bringen können. Sie sind ein eigener Ast in der Evolution der Säugetiere. Säugetiere tauchten vor etwa 200 Millionen Jahren zuerst auf der Erde auf. Zuerst an Land. Säugetiere sind Warmblüter. Sie gebären ihre Jungen und sie atmen Luft. All dies sind Anpassungen, um an Land zu leben. Aber auch Wale und Delfine sind Säugetiere. Sie sind Säugetiere, die im Wasser leben. Aber wir wissen, dass Säugetiere sich an Land ausgebildet haben. Also ist es ein wahres Rätsel, wie die Wale sich ursprünglich entwickelt haben. Wenn wir dieses Rätsel lösen können, können wir anfangen zu verstehen, wie diese großen Sprünge, diese großen Transformationen generell vor sich gehen. Die Menschen interessieren sich für Wale und mir fallen drei Gründe dafür ein. Sie sind so wunderschön, so würdevoll. Zweitens, ihr Ursprung ist ein großes Mysterium. Und drittens, Wale gehören zu den wenigen Säugetieren, die wirklich große, komplexe Gehirne haben, wie wir. Also sind sie in gewisser Hinsicht unser alter Ego. Leben im Meer, während wir an Land leben. Beherrschen das Meer, während wir das Land beherrschen. Und ich glaube, deshalb sind wir sehr daran interessiert, was da vorgeht. Wie sie dort hingekommen sind. Als Widerspiegelung unserer eigenen Geschichte im Erdzeitalter. Als Phil Gingrich vor 30 Jahren seine Laufbahn begann, wusste er nichts über Wale. Er fühlte sich zur Geologie hingezogen. Vor allem deshalb, weil er sich nicht vorstellen konnte, sein gesamtes Berufsleben am Schreibtisch zu verbringen. Ich interessierte mich für die Geologie, weil es eine Wissenschaft unter freiem Himmel ist. Und innerhalb der Geologie entwickelte ich ein Interesse an der Paläontologie, weil es darum das Leben und um die Geschichte des Lebens geht. Gingrichs frühes Interesse an primitiven Landsäugetieren führte ihn nach Pakistan. Dort machte er einen sensationellen Fund. Ein Fossil, aufgrund dessen eines der größten Kapitel in der Evolutionsgeschichte neu geschrieben werden musste. Ich fand den hinteren Teil eines Schädels, den ich nicht identifizieren konnte. Der Ohrbereich war sehr gut erhalten und half mir bei der Identifizierung. Die Form kam ihm vertraut vor, aber andere Details hatte Gingrich noch nie gesehen. Dies ist das Originalexemplar, das wir 1978 gefunden haben. Verschiedene Dinge stechen ins Auge. Es ist in Größe und Form dem Hinterkopf eines Wolfes sehr ähnlich. Aber da war etwas Sonderbares an dem Schädel. An seiner Unterseite befand sich eine walnussgroße Beule. Wenn diese Beule nicht wäre, hätte es ein archaisches, fleischfressendes Säugetier sein können. Aber die Beule ist eben da. Es war Teil des Innenohres dieses Tieres und es hatte eine charakteristische Form. Eine Form, die man heute nur noch bei einer Tierart findet. Bei den Walen. Was hatte das Ohr eines Wals im Schädel eines Tieres zu suchen, das einem Wolf ähnelte? Gingrich war fasziniert. Er konstruierte ein Modell, das zeigte, wie der vollständige Schädel dieses Geschöpfes ausgesehen haben könnte. Könnte dieser Fund das entscheidende, bislang fehlende Glied sein? Der erste fossile Beweis, der je für eine von Darwins mutigsten Thesen gefunden wurde, dass Wale sich aus den Landsäugetieren entwickelt haben? Um sicher zu gehen, musste Gingrich weitere Fossilien finden. Fossilien, die jede Etappe der Wahltransformation zeigen würden. Ich wollte sie alle aufreihen. Ich wollte, dass jeder das sehen und daran glauben kann, weil er es gesehen hat. Gingrich versuchte, nach Pakistan zurückzukehren, um seine Suche wieder aufzunehmen. Aber es tobte Krieg und die Grenzen waren geschlossen. Frustriert entschied sich Gingrich, andernorts zu suchen. Er hatte gehört, dass Skelette von Walen an einem Ort aufgetaucht seien, der sehr unwahrscheinlich schien. Dennoch machte er sich auf die Reise. Die Sahara-Wüste gehört zu den trockensten Gebieten der Erde. Vor 40 Millionen Jahren sah die Gegend noch ganz anders aus. Hier war einmal das Meer. Stellen Sie sich vor, dass die heutige Mittelmeerküste von Ägypten vor etwa 40 Millionen Jahren etwa 100 Kilometer weiter südlich verlief. Hier, wo einst die Wellen des Mittelmeeres schwappten, befindet sich heute ein 100 Quadratmeilen großes Gebiet aus Schicht Sandstein. Es trägt einen verblüffenden Namen. Tal der Wale. Die bezeichnet, dass das Wasser eine reichhaltigere Nahrungsquelle war und Zuflucht vor Rivalen bot. Über Millionen von Jahren entwickelten sich die Vorderbeine, die Hinterbeine verschwanden. Der Körper verlor seinen Pelz und nahm die uns vertraute Stromlinienform an. Seit Gingrichs erst im Fund, der Pachycetus getauft wurde, ist die Liste der nachgewiesenen Übergangsformen der Wale länger geworden. Sie umfasst jetzt auch Ambulocetus, Rodocetus, Durodon und Basilosaurus. Diese Wesen enthüllen ein weiteres Element der Evolution der Wale. Das allmähliche Wandern der Nüstern an die Koptoberseite, um sich an das Atmen im Wasser anzupassen. Gingrichs Arbeit bewies, worauf Darwin bestanden hatte. Der Beweis für die Evolution ist überall um uns herum, wenn wir nur danach suchen. Und die Knochen sind nicht der einzige Beweis für die Evolution der Wale. Ihr Ursprung ist auch daran zu erkennen, wie sie sich bewegen. Frank Fish untersucht, wie die heutigen Meeressäuger schwimmen. Er sucht nach ihrem abstammungsgeschichtlichen Erbe, indem er beobachtet, wie sie sich durch das Wasser bewegen. Die große Frage ist, wie kommt man von einem terrestrischen Säugetier, das auf vier Beinen herumgelaufen ist, zu etwas wie einem Delfin, der jetzt überhaupt keine Beine mehr hat und gut an das Schwimmen im Ozean angepasst ist. Auch wenn Wale wie Fische aussehen, schwimmen sie nicht wie diese. Fische schwimmen, indem sie ihr Rückgrat von Seite zu Seite biegen, wie beispielsweise dieser Hai. Aber Säugetiere schwimmen anders. Dieser Otter schwimmt, indem er seine Wirbelsäule wellenförmig auf und ab bewegt. Genauso machen es die Wale. Es ist genau dieselbe Art, in der Landsäugetiere ihr Rückgrat benutzen, wenn sie schnell laufen. Wale haben ihre ererbte Bewegungsweise mit ins Wasser genommen. Und das ist 50 Millionen Jahre später noch immer zu erkennen. In gewisser Hinsicht hat die Evolution bei den Walen nichts Neues erfunden. Sie hat nur an den Landsäugetieren manipuliert. Das Alte wird benutzt, um etwas Neues zu schaffen. Und das nennen wir Manipulieren. Und dies geschieht bei jeder Tierart, jeder Zeit während des Evolutionsprozesses. Der Ausgangspunkt für die Wale war ein vierbeiniges Landtier, das vor über 50 Millionen Jahren lebte. Aber Landlebewesen waren ebenfalls das Produkt einer Traum. Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen, zu erfahren, warum sind wir hier. Woher kommen wir? Warum sehen wir so aus, wie wir aussehen? Die Geschichte der menschlichen Evolution ist eigentlich nur ein kurzes Kapitel im dicken Buch der Weltentwicklung. Wir sind lediglich ein kleines Mosaikstück im Bild der Welt. Die Evolution lehrt uns, dass wir in engerer Verbindung mit der restlichen Welt, mit der Tierwelt stehen, als wir uns jemals hätten vorstellen können. Die Verbindung zu unseren engsten Verwandten ist augenfällig. Aber auch zu anderen Geschöpfen lässt sich eine Beziehung nachweisen, vorausgesetzt wir wissen, wie wir danach suchen müssen. Je tiefer wir graben, je weiter wir zurückgehen, desto klarer wird, dass alles Leben sich von einem einzigen Ursprung entwickelt hat. Der Baum des Lebens entwickelt seit vier Milliarden Jahren immer neue Triebe. Jetzt ist es möglich, die einzelnen Zweige bis zu ihren Wurzeln zurückzuverfolgen. Wenn wir in die Vergangenheit zurückblicken, finden wir die großen Transformationen, die großen Evolutionsschritte. In der Geschichte unseres Planeten haben einige große Umformungen die Tore zu neuen Lebensweisen geöffnet und zu neuen Lebensformen. Vor 50 Millionen Jahren entwickelten sich an landlebende Säugetiere zu Meeresbewohnern. Schon lange davor haben Fische das Land besiedelt. Mit der Entstehung der Fauna tauchten zwangsläufig die ersten Körper auf. Sporen suchen nach den Anfängen des Lebens und damit nach dem Beginn unserer Geschichte. Es macht Spaß, wenn man bei dieser Forschung jedes einzelne Kapitel versteht. Dadurch können wir anfangen, die Einheit des Lebens zu erkennen, die gemeinsame Geschichte allen Lebens auf der Erde. Die menschliche Zivilisation reicht tausende von Jahren zurück. Aber in Relation zum Alter der Erde sind wir Menschen gerade erst darauf eingetroffen. Die Erde ist wirklich alt. Wenn man die gesamte Geschichte der Erde von vor 4,6 Milliarden Jahren bis heute nehmen und das als eine Stunde ansehen würde, dann wurden die ersten 50 Minuten hauptsächlich in einer Welt verbracht, in der sich Mikroben, Einzeller, entwickelten. Die Erde ist wirklich alt.